Durch ein geheimes Tunnelsystem und die Kanalisation von Mexikos Stadt gelang dem mächtigsten Drogenboss des Landes immer wieder die Flucht. Am Samstag aber wurde Joaquín Guzmán, genannt El Chapo, gefasst. El Chapo, übersetzt der Kleine, ist Chef des mächtigen Sinaloa-Kartells und einer der meistgesuchten Männer der Welt. Monatelang wurde Guzmán observiert. In diesem Hotel in der Stadt Mazatlan gelang dann die Festnahme. Guzmán hatte bis dahin in sieben verschiedenen Häusern gelebt. Diese waren über das geheime Tunnel- und Kanalsystem miteinander verbunden. Die USA und Mexiko hatten eine Belohnung in Höhe von umgerechnet mehr als 5,5 Millionen Euro für die Festnahme ausgesetzt. Das Sinaloa-Kartell kontrolliert große Teile des Drogenschmuggels an der mexikanischen Pazifikküste in Richtung USA.